Also erstens ist wichtig, stromfrei machen, damit man da nichts kaputt macht. Dann den Schutzleiter klemmt man als erstes an. Da ist entscheidend, ob rechts oder links. Das ist ein 24-Volt-Motor und ob ich das Plus oder Minus verdrehe, entscheidet auch über die Drehrichtung vom Motor. Deswegen klemmen wir den an. Das muss man dann auch noch mal überprüfen, ob das auch passt. Jetzt klemmen wir es mal so an. Am besten mit diesem Setzwerkzeug. Da kommt man am besten in diese Aussparung mit rein. Damit ist der Motor angeklemmt. Die Stromversorgung. Dann macht der Motor die Bremse dazu. Da ist jetzt Plus und Minus nicht so entscheidend. Es ist nur wichtig, dass auf oder zu geht. Dann kommt der Thermoschalter. Da ist von Haus aus eine Brücke normalerweise drin, weil nicht jeder Motor einen Thermoschalter hat. Da ist jetzt hier eine Brücke drin. Die müssen wir jetzt entfernen. Und dann schließen wir den Thermoschalter an. Da ist die Richtung also Plus oder Minus auch unentscheidend. Dann kommt der Impulsgeber, der dafür sorgt, dass wir die Endlagen einstellen können. Der hat drei Adern plus Z und Minus. Plus ist rot. Ich geh da her. Z ist grün. Z ist grün. Ich geh da in die Mitte, wo das Z steht praktisch. Weißes Minus. Ich geh da auf diese Position. So. Gut. Dann haben wir hier diesen Bremswiderstand. Ein Kompensationswiderstand. Den müssen wir auch noch mit dazu klemmen. Und der kommt da unter die Bremse. Also dieses Kabel muss vom Elektriker schon reingelegt sein. Und die Belegung am Schalter sollte eigentlich schon klar sein. Und dann kann man das, wenn man das weiß, was man am Schalter angeklemmt ist, dann kann ich das hier auflegen. Hier ist in dem Fall ist der weiße Plus. Da steht Taste Plus. Der braune ist auf. Und der grüne ist zu. Somit kann man das jetzt vom Schalter aus bedienen. Wichtig ist auch dieser Schutzleiter, der an den Motorkabeln mit dran ist, dass der auf diese Leiste dann praktisch mit aufgeklemmt wird. Dass wir eine Schutzfunktion haben. Wegen Überspannung und so weiter. Den Motor klemmen wir hier an. Plus und Minus. Das ist immer Auslegungssache. Je nachdem wie der Motor eingebaut ist. Ob er rechts oder links eingebaut ist. Muss ich auch die Kabel dementsprechend drehen, damit die Richtung stimmt. Das ist die Bremse vom Motor. Die haben wir hier oben angeklemmt. Das ist das schwarze und das blaue Kabel. Genauso wie das Motorkabel. Da ist die Richtung eigentlich nicht wichtig. Hauptsache die sind beide drauf. Das hier unten ist der Bremswiderstand. Das ist das weiße Kabel. Der geht dann rauf. Den muss man dann, wenn man ihn angeklemmt hat, nochmal überprüfen, ob der bei der Zurichtung funktioniert. Das heißt, die LED bei dem Kompensationswiderstand leuchtet, wenn der Rollladen Richtung zufährt. Das ist wichtig, damit der nur in der Zuposition funktioniert. Die zwei gelben Kabel ist auch uninteressant, ob das Plus oder Minus ist. Sie können beide angeschlossen. Das ist der Thermoschalter. Der schaltet halt ein, wenn der Motor zu warm wird. Und zum Schluss die letzten drei Kabel vom Motor. Das ist der Impulsgeber. Die werden so aufgelegt, wie sie hier gezeigt werden. Rot Plus, Grün Z, Weiß Minus. Und diese drei Kabel, die sind vom Schalter. Die müssten eigentlich vom Elektriker hergelegt worden sein. Und wir müssen die dann nur noch auflegen. Auch Plus, Auf und Zu. Damit wir auch die richtige Richtung müssen wir am Schalter dann auch noch einstellen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit unserem Tutorial weiterhelfen. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns gerne kontaktieren unter www.rolo-solar.de